Das schreibt man ein, dass keine Musik kommt, aber dann kommt so eine Scheiße, ey. Genau, und so, Pung, Alter, was ist da hinten los? Hast du das gesehen mit dem Treuer und ich hab irgendwie Angst? So, und damit begrüße ich euch natürlich hier bei einem neuen Part, wo ich irgendwie Angst habe zu spielen. Weil ich weiß echt nicht, was hier passieren soll. Oh, Kopf über, Kopf über, Kopf über. Oh, 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 oh. Aber zum Glück ist hier die Kollision aus. Als ob glaubst du, sonst wären wir alle irgendwie am Arsch gewesen. Oh, ich dachte gerade, hier kommen Kollisionen. Oh, was ist denn das für eine Runde hier? Oh, shit! Nein, Standbild! Standbild nochmal! Oh, Alter, wie mache ich das? Das sind Kurven, Alter, bin ich behindert, Mann. Alter, ich habe mehrmals Standbild, was soll denn das? Standbild-Game! Mein Spiel beendet sich! Keine Rückmeilung! Nooo! Ah, jetzt bin ich wieder drunter! Als Sechster im Moment! Alter, was geht denn hier ab? Ah, ich wollte schon fragen, wann kommt denn mal eine Verwandlung? Oh, da kommt es ja! Ab ins Flugzeug! Ich bin die ganze Zeit Zweiter, aber der macht auch keine Fehler, der Typ vor mir. Also, ich bin jetzt Sechster, weil ich dreimal Standbild hatte. Und ich glaube, wir sind nur Sechster hier drin, oder? Ah, da! Ne, wir sind 11! Da hinten steht mal wieder! Ah! So langsam dieses Flugzeug! Dich, glaube ich, hole ich nicht mal ein! Du bist 21 Sekunden vor mir! Ich glaube, das hole ich nicht so schnell ein! Ja! Widerstandbild! Och, Game! Warum hast du mich so? Komm Motorrad! Oh! Platz 1! Ja! Aber es ist ein Kopf an Kopf, dann aber nicht nur knapp! Ja! Ach, der Julien! Julien wieder! Der hat schon Nick letztes Mal so extrem genervt! Ja, der wurde doch Zweiter, ne? Kann sogar sein! Müsste ich jetzt die Aufnahmen wieder angucken! Das mache ich ja sowieso dann gleich wieder! Stimmt, Heli! Aber am Helikopterfliegen bin ich, glaube ich, gerade der Bessere von beiden! Alter, wie lange bin ich kein Heli mal geflogen! Ja, oder auch nicht! Ich frage mich, was das mit den Röhren dazul noch soll? Ob da noch was passiert? Also ich werde diese Runde kein Erster, da bin ich mir 100% sicher! Oder kein Zweiter, kein Dritter, kein Vierter! Fünfter vielleicht noch, den sehe ich gerade so auf der Map! Aber am März, glaube ich mal, lieber niemand! Ich will ja nicht versprechen! Versprechen! Huh! Oh, ihr seid... Irgendwie sind doch knapp hier bei mir! Oh, das war aber scheiße mit dem Reinkommen! Ah, nein! Ich dachte, das wäre aktiviert! So, diesmal fahren wir hier rum in die andere Richtung! Jetzt bin ich mal links rum gefahren, statt rechts rum! Ja, wer sich mit einem Grund fragt, was das ist, das ist irgendein kleines Kind, was bei... wenn das Sprung spielt! Glaub ich mal! Oh, ich bin Fünfter! Oh, da fliege ich wieder! Alter! Das ist ja mega! Ich kann ja sagen, wenn ich mal wieder fliege! Bei mir dauert das noch! Bin gerade unter Führung angekommen und die... Alter, der ist mir ja richtig hart an dem Nudeln! Jetzt mache ich den Looping für... 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 Fürs Flugzeug! Komm, 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 komm! Uh, da ist einer explodiert! Ja, hab ich gesehen! Aber ich weiß nicht, wer... Welcher Platz... Leider ist der Typ drin! Leider! Aber der Typ... Äh... Der vierte ist auch extrem weit weg! Scheibenkleister! Den krieg ich, glaub ich, auch nicht mehr! Alter, der müsste, wenn ich schon einen Unfall bauen... Aber ich... Der hinter mir kommt schon! Der... Der sechste kommt! Nein! Nein! Boah, da fahre ich wieder mit dem Motorrad, Mann! Ja, das wird noch bei mir ein bisschen dauern! Ich fahre jetzt hier... Ja, kommen hier... Oh, da wurde... Hast du aufgedrückt? Dieses rote... Ja, was ist denn das? Diese Abzeugung rein? So... Jesus! Wir sind ja fast hinter mir! Oh nein, jetzt kommt Telekopter fliegen! Jetzt komm ich... Ey, und jetzt komm ich ins Motorrad rein! Komm, ein bisschen aufholen muss ich schon! Go, 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 go! Alter, der Kubert ist ja so gut! Nice! Komm, ich muss fünfter bleiben! Jetzt geh ich in den Heli rein! Ja, das zieht echt... Oh, ich bin zweiter! Nein! Naja, egal! Kubert 99! Nur kurz vor dem Ziel! Aber der fliegt einfach deutlich besser als ich, muss ich es echt sagen! Aber... Allgemein finde ich schon die Rennen hier richtig geil! Muss man schon mal sagen! Da haben sie sich was geiles einfallen lassen! Ich freue mich auf die Community Maps! Muss ich echt sagen! Oh, ja! Aber ich glaube, dann wird das extrem hardcore hier! Mit hoher Geschwindigkeit irgendwo runterrasen! Und dann... Äh... Ab in den Heli auf einmal! Oder irgendein Chat oder sonst was! Oh, stell dir vor, du musst dann einen Wallweight machen! Dann gibt's so einen Flip während du... Aber während... Dann flippst du dich so und dann musst du... Wird gewechselt! Uh, das wird bestimmt geben! Na, du bist fünfter, ja! Und Absturz! Alter, der, der ist... Der ist gefühlt... Oh! Drei Kilometer unter dem Punkt durchgeflungen! Aber zählt einfach trotzdem! Fünfter! Du bist zweiter! Oh! Du bist zweiter! Sieh Minuten vor eigentlichem Runden! 29.560! Ich hab 10.000 bekommen, naja! Oh, der kriegt Anfälle! So, du kannst... Toll dein Arzt! Ich... Ich... Ja! Oh, ich hab 500 Dollar verloren gegen dir! So, du machst noch eine ganz entspannte Runde, weil ich muss jetzt kurz zu essen gehen! Ja, dann geh mal schön essen! Und da vorab stehen wir uns von dir! Ciao! So, und ich bin auch diesen Part! Ich mach noch einen Part alleine! Und würde sagen, wenn dir der ganze Part gefallen hat, dann kippt noch nach oben! Wenn nicht, einen Daumen nach unten! Schreib mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht! Und dann müssen wir nichts mehr sagen! Ja, ja, ja! Und wenn sie... Ciao, ciao!